ich glaube hier brauchen wir nicht viele worte verlieren wenn ihr mal in der nähe seit von münchen und etwas zeit habt ich schätze so drei stunden braucht man schon dafür dann sollte man sich diesen ort einfach anschauen ja mehr fällt mir da auch nicht ein so 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 Das war's. 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 Das war's.